Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und schon wieder für euch in Battlefesten.navix Und zwar will ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren Heute sind wir mal wieder hier im Archäologieladen und ja, wir werden wieder 100 Zwergenkisten aufmachen Ich hoffe, diesmal haben wir was drin, ich brauche nämlich noch einen Stab Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein, machen wir Archäologie auf Hier hinten haben wir die Zwergen und ich habe wieder mein Makro am Start Wo wir die Kisten ein bisschen schneller aufmachen können Hört ihr diese Geräusche, die immer kommen? Immer wenn ich so eine Runensteine bekomme, kommen die Übrigens, ich habe vorhin mir noch ein paar mal ein Auktionshaus gekauft von diesen Runensteinen Und selbst wenn ich sie aus dem Postkasten nehme, kommen hier diese Stimmen Oder diese Stimme, die dann immer irgendwie sagt, dass das nicht wirklich meine Freunde sind oder irgendwie sowas Richtig lustig So, okay, jetzt drückt mir mal die Daumen Okay, 200 haben wir wieder erreicht Dass wir unseren Stab rausziehen Ich habe ja das letzte Mal 27 Dinger etwa zusammenbekommen Oh, halt hier Runenstein reinpacken Und ich hoffe, dass wir diesmal wieder so viele zusammenbekommen Beziehungsweise, dass der Stab halt drin ist Ich schätze mal, so Pi mal Daumen, 200 Dinger werde ich brauchen Das letzte Mal war ich bei, ich glaube so 120, 130 insgesamt Mal schauen Mal schauen, ob wir diesmal was rausziehen Ich hoffe es mal Weil ich kann die restlichen Kisten, die ich jetzt hier oben noch rumliegen habe Auch ganz gut brauchen für Draenor-Stuff Ich habe nämlich noch da ein, zwei Quests offen Die ich da holen kann Und diese Kisten, die kann man ja ausgeben für alles mögliche Also ich kann die ja auch für Anquara Wie heißen die? Akora? Akora, genau so Oder für die Clans von Draenor ausgeben Oga bin ich mittlerweile fertig zum Glück Also da muss ich nichts mehr sammeln Oh, halt, wir haben es wieder Schauen wir mal Nope Nope Hier wieder ein Runenstein rein Oh boy Ich sehe meine Fälle schon wieder davon schwimmen Ich habe übrigens jetzt auch alle von diesen Runensteinen aufgekauft Im Aktionshaus Also alle, die halbwegs sinnigen Preis haben Es gibt natürlich auch welche, da ist ein Stein für 5000 Gold drin Wo ich mir dann denke Ja, nee, danke, das mache ich jetzt lieber nicht Aber zumindest die ganzen, wo man sagt Okay, jetzt mal so bis 100 Gold Da kann man sie kaufen, ne Recht euch dafür Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen eine Old-God-Stimme ist Im Chat hast du es tatsächlich nicht, ne Das ist nur im Voice das Ganze Das, was ihr kennt Wird verschwinden Juti Ich hoffe nicht, dass der Stab verschwinden wird Weil den brauchen wir nämlich jetzt So, einen Gürtel, den brauchen wir nicht Eine Pfeife brauchen wir auch nicht Schauen wir da, einen Zepter Schade Zepter geht schon mal nah an den Stab ran 20 Gold ist das wert Na toll Komm Archäologie ist halt echt nicht so spaßig Einmal Glück wäre doch mal Wäre doch mal eine Sache Langsam gehen meine Runensteine auch zurück Jetzt habe ich nur noch 20, ne Ich habe mir noch mal Noch mal, glaube ich, fast 30 gekauft gehabt So Jetzt 100 Fragmente noch durchballern Äh, noch mal den Kelch Oh no Hier, 1 kann ich vielleicht da noch bauen Wenn es gut läuft Schade, Leute Schade, schade, schade War leider wieder nicht drin Jetzt können wir mal sehen, wie viel wir insgesamt hier noch haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dann 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 Falls ich mich jetzt nicht verzählt habe Letztendlich hatten wir 27 Diesmal 4 Ah, da oben haben wir noch eins Ah ja Da hat er sich versteckt, der Kollege Also sind es genau 25 Das ist ja, was ich auch das letzte Mal meinte So im Schnitt Pi mal Daumen 25 Dinger Ähm, kriege ich, wenn ich 100 Kisten aufmache Leider war es wieder nicht dabei Heißt, äh 5 Openings Im Endeffekt Dann haben wir 100 Dinger durchgeballert Und ja Ach nee, warte mal Das hier ist noch ein anderes Das ist hier noch eins aus Drainer Was ich einpacken kann So kriege ich halt auch diese Kisten, ne Diese Währung Die Drainer Sachen kannst du einpacken Und Ich glaube MOP und danach auch Aber Die Cutter Sachen Beziehungsweise Burning Crusade Waddley kannst du halt leider nicht einpacken Juti Damit sind wir wieder durch Haben leider nichts bekommen Ein paar Gold Haben wir durch die grauen Sachen Bekommen, die wir verkauft haben Und das war es leider Drückt mir dann fürs nächste Mal wieder die Daumen Und ja Dann sammle ich wieder ein paar Kisten Und dann sehen wir uns wieder Eutela Bis dann Äh, ciao